Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Ich freue mich sehr. Ich muss jetzt schon lachen. Denn es geht heute um lustige Fragen an einen Gynäkologen. Wer mich kennt oder diesen Kanal auch kennt, weiß, dieser Kanal ist voll von medizinischem Mehrwert. Ich versuche Medizin einfach zu erklären und die Frauengesundheit einfach zu erklären. Manchmal habe ich aber auch Lust einfach auf Schnack, auf was Lustiges. Und das ist heute wieder der Fall. Ich freue mich sehr, denn es ist ja schon fast Tradition. Also diese Folgen haben ja schon fast Tradition. Es ist, glaube ich, jetzt 3.0. Ich weiß nicht, wie viele Fragen bei Instagram reingeflattert sind. Es waren sicherlich wieder so an die 20.000 Fragen. Erfahrungsgemäß sind es so viele. Ich habe sie mir auch nicht in Detail angeguckt, weil es ist ja viel lustiger, wenn ich sie spontan lese. Werde da ein bisschen durchscrollen jetzt und einfach mal so, ich weiß nicht, 10 bis 15 Fragen rauspicken und sie wahrheitsgemäß, das schwöre ich, beantwortet. Ich freue mich sehr. Es geht los mit Frage 1. Vor dem Frauenarzttermin baden oder duschen oder nichts von beiden? Das ist gar nicht so eine lustige Frage für mich jetzt, denn mir ist es ziemlich egal. Es wäre natürlich so eine Grundhygiene, wäre nett. Das gehört sich, glaube ich, auch einfach so. Aber ob du jetzt gebadet hast oder geduscht hast, das ist dir überlassen, wie du dich eben wohlfühlst. Die meisten gehen ja vorher noch mal in der Praxis selbst auf Toilette, haben da ihre Utensilien in ihrer Tasche dabei, um sich doch mal frisch zu machen. Aber ganz ehrlich, das ist, glaube ich, wenn man nicht ganz seit drei Wochen ungewaschen da ankommt, ziemlich egal. Brauchst dir keinen Kopf machen. Rött, 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 Socken an oder aus auf dem Stuhl. Ja, die Patientinnen von mir werden jetzt schmunzeln, denn ich bin schon jemand, der immer auf Socken achtet. Ich finde es lustig, wenn Patientinnen lustige Socken anhaben. Also wenn die irgendwie, weiß ich nicht, lustige Motive haben oder nicht zueinander passen oder Tennissocken mit einem riesen Loch drin, gibt es von mir, glaube ich, immer einen Kommentar zu den Socken. Es ist nicht so, dass ich einen Sockenfetisch habe, aber da achte ich irgendwie drauf. Und bei uns ist es auch so, wir haben eine Praxis in einem Altbau, da gibt es keine Fußbodenheizung oder so. Das heißt, es ist schon eher kühl, wenn man jetzt so im Herbst, Winter mit nackten Füßen da rumschlurft. Deswegen sind bei uns eigentlich die gestrickten Ommasocken sehr beliebt oder eben ganz normal lustige Socken, normale Socken. Ist mir egal, wie ihr euch auch wieder wohl fühlt. Ich glaube, Socken macht einfach Sinn. Also uns ist das egal. Klar haben wir die Füße neben uns. Wir schnuppern jetzt aber nicht an den Füßen. Und dass Füße so sehr riechen, dass man auf 20 Zentimetern Entfernung auch was riecht. Ich glaube, das hat es bei mir jetzt noch nicht wirklich gegeben, selbst nach einem stressigen Arbeitstag der Frau, die dann kommt und dort ihre Schuhe auszieht. Ihr könnt sogar auch die Schuhe anlassen. Bei mir ist es so, ich habe so Fußauflagen, die auch foliert sind, die man also abwischen kann. Man könnte theoretisch auch wieder die Schuhe, nachdem man sich untenrum freigemacht hat, anziehen. Wie ihr möchtet. Musstest du schon mal jemanden aus deiner Familie untersuchen? Das ist auch eine schöne Frage. Ob ich das musste? Wie stelle ich mir dieses Szenario vor, wenn jetzt meine Schwester kommt und mir das Messer an die Kehle setzt und sagt, du musst mich jetzt untersuchen? Es ist ja auf einer freiwilligen Basis. Also ich durfte, umschreiben wir es mal so, ich durfte schon Familienmitglieder untersuchen, mache ich auch sehr gerne und habe damit auch überhaupt keinen Schmerz. Und genau, wenn ein Familienmitglied ja zu mir kommt, gehe ich ja davon aus, dass die sich auch nicht genötigt fühlen, kommen zu müssen, sondern das auch auf freiwilliger Basis möchten. Long story short, ja, ich habe schon Familienmitglieder untersucht. Wahrscheinlich war das eher so die Frage. Ja, müssen. Müssen tut niemand was. Ihr müsst nicht untersucht werden. Ihr dürft immer wieder fliehen. Der Fluchtinstinkt ist übrigens sehr ausgeprägt, auch diesem Gündstuhl. Gibt es eine maximale Penisgröße, mit der Sex möglich ist? Muss man das gegebenenfalls trainieren? Wie stelle ich mir das Training vor? Also, dass du wahrscheinlich als Frau trainierst, länger zu werden von deiner Magina oder dass er trainiert, kürzer zu werden? Nein, die Penisgröße ist gar nicht mal so wesentlich. Viele fokussieren sich natürlich aufgrund des Patriarchats auf die Penisgröße. Es kommt auch darauf an, wie lang deine Magina ist. Du musst also umgekehrt denken. Vielleicht hast du ein bisschen eine kürzere Magina einfach naturgewollt und er hat einen Otto-Normal-Penis und schon stößt er an. Was unangenehm sein kann für sie, auch für ihn und auch mal zu einer leichten Blutung führen kann. Passieren tut dann nichts Schlimmeres, selbst wenn es blutet. Es ist meistens so eine Ektopieblutung, heißt das. Schleimhaut, die da sehr empfindlich ist, wird da lädiert beim Dranstoßen und dann kann es so eine leichte, schmerzlose Blutung geben. Das kann zum Beispiel sein, wenn du jetzt eine sehr lange Vagina hast, merkst du am besten selber, wenn du mal an deinen Muttermund tasten möchtest, bitte mit sauberen Händen etc. und kommst zum Beispiel gar nicht an deinen Muttermund, kann es sein, dass du eine lange Vagina hast und dann stößt er vielleicht gar nicht an, weil er einen Otto-Normal-Penis hat. Also es ist wie immer, das Töpfchen braucht sein Deckelchen und wenn er jetzt sehr gut ausgestattet ist von der Länge und du eine kurze Vagina zum Beispiel hast, dann kann es natürlich unter Umständen auch schwierig sein, komplett zu penetrieren. Aber für guten Sex braucht man nicht das komplette Einführen des männlichen Gliedes. Man braucht übrigens für erfüllenden Sex überhaupt keinen Penis. Das werden jetzt einige Männer nicht gerne hören, aber es ist so. Wir sind nice to have, optional. Ah ja, oft gestellte Frage. Gibt es schöne Frauen untenrum? Damit sind die Geschlechtsteile der Frau genannt, die unter dem Bauchnabel sind, sprich Vulva und Vagina, die Gebärmutter an sich. Das ist zum Beispiel, das ist doch der Klassiker. Kein Mensch spricht darüber, ob man eine schöne Gebärmutter hat, weil sie liegt innen, ist aber trotzdem ein Geschlechtsorgan. Also alle fokussieren sich immer nur aufs Äußerliche und um die Frage kurz zu beantworten, es gibt kein Schönheitsideal bei Geschlechtsteilen. Weder ob der Penis ein bisschen nach links gekrümmt ist, nach rechts gekrümmt ist, der Hodensack nicht symmetrisch hängt, ob eine Vulva, innere Vulvalippen hat, die ein bisschen länger sind als die äußeren. Es ist egal, es ist einfach Natur. Ob meine Nase jetzt ein bisschen zu groß ist für mein Gesicht vielleicht. Ja, man kann überall Makel suchen. Mein Tarn hier unten ist schief. Seht ihr das? Er ist ganz schief. Ja, möchte man meinen, dass das jetzt nicht in der Men's Herz landet, weil ich schiefe Zähne habe? Keine Ahnung. Ich finde, bei Geschlechtsteilen, männlicher oder weiblicher Art, sollte es kein Schönheitsideal geben. Wenn das mechanisch stört zum Beispiel, weil die inneren Vulvalippen sehr lang sind, scheuern, wundscheuern, bluten sogar, kann es ein Grund sein, sich da einer OP zu unterziehen. Aber Schönheits-OPs in diesem Bereich bei Frauen, man kann so viel falsch machen, so viel kaputt machen, so viel schlimmer machen. Nein, es gibt keine hässlichen oder im Umkehrschluss schönen Vulvae oder Vagina. Viele sagen ja immer, habe ich eine schöne Vagina? Die Vagina ist der innere Teil, das schlauchförmige Organ, was man ja gar nicht sieht. Was im natürlichen Zustand, wenn ich nicht gerade mit Instrumenten reinschaue, zusammengeplatscht ist, zusammengefaltet ist. Kein Mensch kann unter normalen Umständen die Vagina sehen. Was ist also eine schöne Vagina? Könnte ich auch sagen, habe ich einen schönen Darum? Sieht auch kein Mensch. Aber ja, ihr merkt schon, das ist ein Thema, was nicht lustig ist, wo ich fast schon böse werde. Was war die fieseste Körperflüssigkeit, die dir bei der Untersuchung ins Gesicht spritzte? Also ich habe, glaube ich, schon alle Körperflüssigkeiten abbekommen. Außer Sperma. Ich glaube, Sperma habe ich tatsächlich noch nie bei einer weiblichen Untersuchung jetzt abbekommen. Ich hatte schon Eiter, ich hatte schon, ja genau, Vaginalsekret, ich hatte schon Fruchtwasser, Blut, was gibt es noch? Milch. Ja, bei einer Tastuntersuchung, bei einer stillenden Frau, passiert manchmal auch, wenn man abtastet, hat man halt Milch im Gesicht. Und die fieseste, also ich bin kein großer Fan von Eiter. Ich weiß, viele, vor allem statistisch gehäuft, Damen lieben es, zum Beispiel Pickel auszudrücken bei ihren Männern auf dem Rücken. Mich könntest du mit Pickeln jagen, ich bin wirklich kein Freund von Eiter. Und deswegen ist das wahrscheinlich so die fieseste Flüssigkeit, die mir bei einer OP mal ins Gesicht gespritzt ist, als Fontäne. Um nicht zu viel zu verraten, aber es war ein großer Abszess am Bauch, der eröffnet wurde in der OP. Und meine Oberärztin, die, schöne Grüße, die drückte dann ein bisschen so, um das herauszudrücken. Und ich war natürlich Assistenzarzt, Haken gehalten, musste gucken, hatte dann eine kleine Eiterdusche. Das ist schon fies, oder? Finde ich auch. Ja, also wenn man als Gynäkologe oder Gynäkologin noch nie derart bezeichnet wurde, oder sich noch nie zum 400 Milliarden Mal einen Gynäkologenwitz angehört hat, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, bin ich schon. War eine Untersuchung schon mal durch zu viel Intimschmuck erschwert? Ähm, ja, ja, schon. Also es gibt ja diverse Intimschmucks, Schmücke, Schmuckä. Und da war, glaube ich, ich weiß nicht, wie das heißt, diese Stäbchen, die waren so von oben nach unten durch die Klitoris. Und man braucht ja bei der Untersuchung der Vagina diese Instrumente. Und da ist man dann immer, man konnte nicht dieses Instrument weiter vorschieben, weil da dieses Ding hing. Also ich bin da immer gegengestoßen und musste da irgendwie drumherum kurven. Also ja, das hat schon sehr gestört. Ging dann, aber muss man auch aufpassen, da nichts kaputt zu machen oder abzureißen. Ja, auch sehr oft gefragt, ob ich schon mal Sexangebote von Patientinnen hatte. Also ich glaube, in jeder dieser Folgen, die ich darüber drehe mit den Fragen an einen Gynäkologen, da kommt diese Frage milliardenfach. Also wirklich sehr, sehr, sehr oft. Und da sieht man mal, wie sexualisiert manche Frauen sind. Und wie stellt ihr euch das vor? Also auf diesem gynäkologischen Stuhl bei einer Untersuchung, dann fängt eine Patientin an zu flirten. Das machen sie aber gut oder weiß ich nicht. Weiter links, weiter rechts. Wie soll das ablaufen? Also rein so von der Überlegung her. Wie soll da eine erotische Situation zustande kommen? Und Männer, das ist ja, wahrscheinlich kommt die Frage auch noch, ob ich mich manchmal dabei ertappe, wie ich erotische Gedanken habe. Männer sind ja, ja gut, sind vielleicht von der Komplexität des sexuellen Verlangens doch schon einfacher gestrickt als eine Frau. Aber es ist ja nicht so, dass wir eine Frau nackt sehen und heiß werden oder irgendwie erotische Gedanken haben. Es gehört ja mehr dazu als Nacktheit. Übrigens ist auch statistisch erwiesen, Nacktheit ist gar nicht so geil für uns, sondern dieses Hype ausgezogen. Also der klassische Mann, der nur in seiner Jeanshose da im Garten irgendwas macht, der muss jetzt nicht ein Sixpack haben, aber das ist erotischer, als wenn der da nackt holzhacken würde. Kann man sich auch so vorstellen, oder? Oder auch im Club, wenn man tanzt und es ist Sommer und die Damen haben vielleicht ein bisschen weniger an als jetzt im Winter. Dann finden das ja die Männer statistisch in dieser Studie attraktiver, als wenn die da alle nackt tanzen würden. Kann man sich ja auch vorstellen. Also nein, weder ich habe sexuelle Gedanken bei einer gynäkologischen Untersuchung, müsste man übrigens auch mal die Frauen fragen, die GynäkologInnen, und ich glaube, ich spreche dafür alle GynäkologInnen auf dieser Welt. Nein, wir haben keine sexuellen Gedanken und nein, Sexangebote hatte ich auch noch nicht. Flirts, ja. Aber nicht bei der Untersuchung, das muss man auch mal feststellen. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Das sind nämlich viele Fragen. Kann man vom Analverkehr schwanger werden? Das macht mich traurig. Das macht mich echt traurig. Es zeigt mir auf jeden Fall, dass auf diesem Kanal noch mehr Aufklärungsarbeit in Sachen einfachster biologischer Anatomie erfolgen sollte. Dein Darm, wie soll ich das erklären? Nein. Ich sage einfach nein. Du kannst nicht schwanger werden durch Analverkehr, weil dein Darm ist ja nicht verbunden mit deiner Gebärmutter, wo ja dann die Eizelle hin muss, damit du schwanger wirst. Also sagen wir mal so, selbst wenn du eine Eizelle in deinen Darm machen würdest und da kämen dann die Spermien an, ist die Schleimhaut des Darms nicht dafür ausgelegt, diese befruchtete Eizelle aufzunehmen. Das ist einfach eine andere Schleimhaut. Kann man sich so ganz gut vorstellen. Oh ja, oh ja, oh ja. Gute Frage. Oft, 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 oft. Siehst du bei deinen Patienten an, wenn sie das letzte Mal Sex hatten? Oder wenn ich am Vorabend Sex hatte, sieht das der Gynäkologe oder der Gynäkologin? Also wenn man, sagen wir mal, zwei, drei Stunden vorher Sex hatte, könnte man das eventuell sehen, weil die Vulva noch geschwollen ist, weil die Vagina vielleicht noch geschwollen ist, weil vielleicht Ejakulat noch in der Frau drin ist. Wenn es am Vorabend war, dass Ejakulat abgelaufen ist, dann sehen wir das nicht mehr. Wir können das nicht sehen, dass da steht nicht irgendwo ein rotes Schild, ich hatte gestern Sex. Von daher da keine Bange. Man sollte es vielleicht jetzt nicht übertreiben und wirklich ein paar Stunden vorher Sex haben. Nicht, weil es jetzt schlimm für uns wäre, aber es verändert natürlich auch, wenn wir so einen Abstrich nehmen, verändert das natürlich auch ungemein den pH-Wert zum Beispiel, der ja bei vier liegt, bei einer gesunden Vaginalflora. Und Ejakulat ist basisch. Und auf einmal kriegen wir einen pH-Wert von acht und denken, oh Gott, die Frau hat irgendeine krasse Infektion. Das ist eine medizinische, schöne Umschreibung, finde ich. Hitliste der Flüche unter Geburt. Oh, ich glaube, ich habe jeden Fluch schon gehört seitens von Frauen. Das Schönste, was war denn das Schönste? Das Schönste war, glaube ich, wirklich, schneidet Gollum jetzt aus mir raus. Das fand ich wirklich amüsant. Ja, da ging es nicht so richtig vorwärts. Es war aber fast geschafft und die Frau hatte einfach genug und bezeichnete dann ihr Neugeborenes als Gollum, was ich äußerst sympathisch fand. Ja, das waren auch sehr, sehr freundliche Menschen danach. Es tat ja auch leid, aber ich habe gesagt, das ist ein sehr, sehr spannendes Gebot gewesen. Wie oft hörst du, den Job könnte ich nie machen. Story of my life, also täglich. Aber im Umkehrschluss könnte ich nie bei VW am Fließband stehen. Also ich gebe das meistens zurück. Ich frage dann, was machen Sie beruflich? Ich bin Konditorin. Sage ich, könnte ich auch nicht machen. Also ich glaube, jeder findet schon so eine Nische. Das ist auch gut so. Hast du mal einen Fuß einer Patientin ins Gesicht bekommen? Hatten wir ja vorhin schon das Thema. Und ja, früher, als ich noch jung und unerfahren war, hatte ich auch immer mal so einen lustigen Spruch auf Lager. Wenn irgendwas ganz doof zwickt, drückt, dann treten sie mich einfach, weil die Füße liegen ja hier. Ja, Umkehrschluss war dann irgendwie ein Jahr später, hat es dann tatsächlich mal eine Dame ernst genommen und hat mich einfach, ich weiß nicht, ob es absichtlich war oder dann doch so einfach durch das Zucken mich getreten. Seitdem sage ich diesen Spruch nicht mehr und das ist die Beantwortung dieser Frage. Ja, ich hatte schon mal Füße im Gesicht. Ich hatte Füße schon, auch bei Geburten, wo man sich ja manchmal auch so einen Fuß in die Hüfte stemmt. Ich hatte Füße schon fast überall in meinem Körper. Und gebissen wurde ich. 19 Minuten, wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Oh, es sind noch so viele Fragen. Okay, ich mache schnell. Oh ja, ah ja, Pupsen. Pupsen ist der All-Time-Klassik hier in dieser Fragerunde, ob ich schon mal angepupst wurde. Und jede Gynäkologin auf dieser Welt wird bestätigen, ja, das passiert, liebe Leute. Es passiert vor allem nach Geburten, wo halt einfach der, sagen wir mal, Schließ- und Beckenbodenmuskulatur so ein bisschen lädierter sind oder sogar eine PDA gelegt wurde. Dann passiert das auch ungewollt. Und auch bei einer normalen Untersuchung kann das natürlich passieren. Aber in den allermeisten Fällen merkt Frau ja, dass sie mal pupsen muss und sagt dann kurz Bescheid oder geht dann doch noch mal kurz in die Umkleidekabine oder sagt, Moment mal, da kommt jetzt, habe ich Angst, dass da Luft rauskommt. Also es wird ja meistens gemerkt und verhindert, aber nichtsdestotrotz im Laufe einer Karriere wird man vielleicht auch mal angepupst. Und, oh mein Gott, es ist nicht schlimm. Es ist nur ein Pups. Ah ja, sind Gyns im Sex besser? Werde ich auch sehr oft auch im Freundeskreis gefragt. Ist ja Heimspiel für einen Gynäkologen. Man kennt sich ja aus. Aber ich kann es nicht beantworten, weil ich hatte noch nie mit einem Gynäkologen Sex. Und dann wäre es auch komisch, weil er ja sich nicht mit meinen Geschlechtsteilen gut auskennt, sondern mit den weiblichen. Und ich hatte auch noch nie mit einer Gynäkologen Sex. Ich kann es nicht sagen. Müsst ihr meine Frau fragen und meine Ex-PartnerInnen. Ich glaube, ja gut, wir wissen schon, wo sehr sensibel ist, wo welche Punkte sind vielleicht auch. Klar, aber das kann man auch ohne eine Facharztausbildung in der Gynäkologie gut lernen. Sind die Frauen deiner Freunde bei dir in Behandlung? Sind die Frauen deiner Freunde und Freundinnen? Ja, die, die wollen, sind da. Einige sind da mittlerweile. Das freut mich immer. Das ist ja ein großer Vertrauensvorschuss, sage ich mal, in so einer intimen Zone, wenn man sie auch privat kennt. Also ja, es gibt Freundinnen von Freunden und es gibt auch Freundinnen von mir, die zu mir kommen. Oh, gibt es ungewöhnliche Gegenstände, die du mal entfernen musstest? Ja, und das ist, also es ist ja gar nicht, es wird immer so lustig dargestellt, auch Glühbirnen und Schnapsgläser, Stöcke, ah, Kastanie zuletzt, Tampons noch und nöcher. Klar, musste man mal Gegenstände entfernen. Hinter vielen, gerade so Baumrinde, hinter solchen Geschichten, hinter solchen Dingen steckt meistens eine nicht sehr lustige Geschichte. Denn diese Frauen haben meistens, wenn man jetzt zum Beispiel mal Baumrinde nimmt, das tut ja offensichtlich auch sehr weh, stecken psychische Probleme, sexuelle Misshandlungen. Deswegen ist das, sagen wir mal, zu 80 Prozent schon nicht lustig. Und zu 20 Prozent sind es natürlich auch mal Sexunfälle, das Schnapsglas, die Kastanie und so weiter, wo das dann ein bisschen amüsanter vielleicht ist. Aber für diese Frauen ist es natürlich hochnotpeinlich. Und eine Kastanie ist unglaublich schwer rauszubekommen, auch für uns tatsächlich. Die hat keinen Grip. Die kann man kaum fassen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Bist du mal von einem Ehemann, einer Patientin blöd angemacht worden? Im Sinne von Eifersüchteleien oder so? Nö. Also die in der Praxis mitkommen, entscheiden sich ja bewusst irgendwie da zu gucken. Bei einer Geburt sicherlich mal. Aber dann ist es eher die übertriebene Sorge oder so oder die Ängste von Männern. Die werden ja dann oftmals auch aggressiv und spielen den Gockel und wollen sich da auftun, weil es der Frau gerade nicht gut geht. Der Hintergrund ist natürlich, die sind auch sehr verunsichert. Da natürlich schon mal. Aber das kann man dann auch gut steuern und lenken. Ich bin ein Mensch, der eigentlich, was sowas angeht, da nicht sehr, sehr viele Angriffsfläche bietet. Stimmt es, dass für manche Untersuchungen auch Männer zu euch kommen? Ja, klar. Männer können zum Beispiel Brustkrebs bekommen. Männer sind auch bei Kinderlosigkeit involviert. Kinderwunschpaare kommen oft zusammen. Alles, was mit der Brust zu tun hat zum Beispiel. Ich hatte neulich einen Patienten, der dann Knubbel gefühlt hat. Also habe ich einen Brustultraschall gemacht, weil Gynäkologen einfach wahnsinnig guten Brustultraschall können. Ja, gibt es. Transgender zum Beispiel. Ja, auch, sagen wir mal, biologische Männer, die in der Umwandlung sind, auch möglich. Das machen wir gleich los. Das schrägste Dankeschön-Geschenk. Puh. Ah, nee. Ist kein Dankeschön-Geschenk, aber war schon schräg. War eine Stuhlprobe. Und es gibt ja die Möglichkeit, ab einem gewissen Alter Stuhltests zu machen auf okkultes Blut, also dass da kein Blut drin ist. Und manche Patientinnen schicken uns das dann per Brief zu. Die es irgendwie nicht in die Praxis schaffen. Und da kam eine solche Stuhlprobe in dem Röhrchen in einer Schokoladenschachtel. Das war also ein Paket. Da drin war eine Schokoladen, ich weiß, ist es noch zartbitter, irgendwie 70% oder sowas, eine Schokoladenschachtel. Die war schon so vorgewölft. Was ist das denn? Machen die auf und da ist ja eine Stuhlprobe drin. Keine Ahnung, ob das einfach, ob die sich einen Scherz gemacht hat, diese Dame. Ich habe sie nie gefragt. Oder ob es einfach das Einzige war, was sie zu Hause hatte, wo sie es reinstecken konnte. Aber das war schon ein großer Lacher in der Praxis, als wir dann die zartbitterschokolade auspackten und es war einfach eine Stuhlprobe drin. Ja, das war vielleicht das Schrägste, was uns mal zugeschickt wurde. Geschenke, schräge Geschenke habe ich glaube ich nie. Schräge Geschenke sind für uns Merci. Wir können kein Merci sehen. Alle Praxen dieser Welt, alle die im Gesundheitswesen irgendwie was zu tun haben, bitte schenkt ihnen keine Packungen mit Merci. Die Schubladen gehen nicht mehr zu, weil da Packungen mit Merci drin sind. Kein Merci. Bitte kein Merci. So, auch wenn hier natürlich jetzt noch sehr viele Fragen offen geblieben sind, vielleicht vermisst du auch deine Frage dabei, die sehr unangenehm vielleicht war oder sehr lustig, dann machen wir es doch einfach so, dass wir beim nächsten Mal weitere Fragen klären. Ich würde sagen, folgt mir unbedingt auf Instagram, weil da werden diese Umfragen geschaltet und es wäre super, wenn du mir ein Abo hier auf diesem Kanal da lässt, denn das gibt mir hier die Möglichkeit, einfach weiterhin zu helfen, meinen medizinischen Input voranzutreiben und am Ball zu bleiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß. Ciao.